Marco Lehmann, ich weiss nicht, ob es der Spielplan war. Man hat das Gefühl, dass sie etwas opportunistisch war. Sie hat in Los Angeles arbeiten und selber die Goal gemacht. War das auch die Idee? Wie ist das so entstanden? Ja, wir haben sie analysiert, wie sie spielen. Wir haben gewusst, sie wollen die Transition-Team. Wir wollten das brechen und ihren Rhythmus nehmen. Und ich glaube, das ist uns heute gut gelungen. Ich selber ist es so gut gelungen, dass ihr das Goal gemacht habt. Es war nicht immer einfach die Saison bis jetzt. Auch auf eurer Linie vielleicht nicht immer. Wie wichtig ist so etwas für das eigene Gefühl? Vielleicht ein besonders gut heute wieder? Ja, ein Pass war zwar, aber... Ja, nein, auch gut getan, wieder mal zu punkten. Aber schlussendlich zählt der Sieg und uns läuft es immer besser. Also, es kommt gut. Merci für's mal. Danke.